Die Sanierungsarbeiten an der Schwanenteichanlage mit Weida haben begonnen. Zu diesem Zweck wurde bereits am unteren Teich das Wasser abgelassen. Geplant ist eine komplette Ufersanierung der Teichanlage. Die Uferpartien werden in weiten Teilen mit einer Steinschüttung aus Wasserbausteinen wiederhergestellt und gesichert. Die alten Rasengitterplatten sollen entfernt werden. Des Weiteren erfolgt der Abbruch von instabilen Steinschüttungen und Natursteinmauern. In Teilbereichen wird der Schwanenteich im Zuge der Maßnahme auch entschlammt. Die Schwaneninsel erhält ein unverfugtes Natursteinmauerwerk als Uferbegrenzung und eine Rampe für Wasservögel. Die Kosten für die Baumaßnahme liegen bei ca. 155.000 Euro und sollen laut Stadtverwaltung bis März 2016 abgeschlossen sein.